Man nennt mich nicht umsonst, die Legende. Aha, verstanden. Bereithalten für Startsequenz. Oha! Darf ich auch da was zu meinen? Da ist er Lesb, Bruder. Oha! Mein WC überlief das Gefühl. So, ich bin noch rechtzeitig da. Oha! Da kommt die Kachbett aus dem Nichts. Pussy Gang. Pussy Gang. Zwei Fische, zwei Katzen. Wir werden jetzt ernsthause Kuschroboter steuern. Okay, passt. Das sieht aber doch gut aus. Ich möchte gerne den Beifeln. Kann ich das Beifeln? Dabei. Oha, 0. Da ist das 0. Oha, ja. Nicht sowas. Nein. Ich hab's euch gesagt, dass die WC nicht gut ist. Ich hab's trotzdem an, weil... Was soll ich um diese Rückzeit noch machen? Chen nimmst du auf, Bruder? Für dich. Ich hoffe, dass... Vielleicht ist es nur am Anfang so langweilig. Kann ich nicht bleiben. Na, ganz Event wird 100% nicht so sein. Das kann ich euch Chen jetzt sagen. Stell vor, wir tun nur Chen abgießen. Das war's. Aber da ist die Map! Ich hab für euch... Bereit machen für Ausweichmanöver. Los geht. Wer steuert dieses Ding? Wer steuert das? Steuert... Ach so, also keiner von uns steuert das. Okay, passt. Oha, wie geil das aussieht. Meine Augen verweht, Bruder. Die Erde ist einfach flach. Das ist unsere Erde. Ist einfach flach. Ich bring' uns runter. Ich versteh' nicht, warum wir einfach nicht unten geblieben sind. Ist irgendwie so, wenn wir uns unterstützt. Das könnte so eine richtige Marvel-Szene sein. Ich dachte schon... Ah, keine Ahnung, dass wir eine ganz... ... etwas kaputt gehen. Oha, der ist... Der hat einfach Klau bekommen. Wir müssen den Wettbewerder schnell angreifen. Ihr denkt auch, den Wettbewerder... ... schon. Ähm, Legende? Ich dachte, wir kümmern dich. Ja, 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 das packen wir schon. Ja, sag ich, das wird so ein Doomsday-Ding sein. Wir kümmern uns. Ganz genau. Ich zerstöre schon da. Das ist die Panzer. Ja. Unten, unten. Genau so macht man's. Mach mal die Russen auch so. Oder in Ukraine. Wird das in der Ukraine auch so gemacht? Ja, wer sind die Russen? Ich bin gerade am Bäm, aber okay. Das ist so richtig das Iron Man, Ding. Die tut auch das Herz so rum, Ding. Zeig die Liebe. Oh! Der Wieskast wird gerade. So, die Karrette kann. Mach den anderen, wenn der kommt. Wie die ganze Welt vloggen wir dir vorstellen. Eigentlich, was bringt uns eigentlich, dass wir angreifen, wenn wir sowieso gewinnen. Oder... Oder kann man in diesem Live-Brand sterben? Na, ich glaub wir sterben sogar tatsächlich. Mach du, so, so. Ja, ich wusste es, ich wusste es. Was? Er muss... Hörst du mich? Ich bin hier. Sind außer Getecht. Systeme beschädigt. Jetzt sollte man bauen oder so. So, 90's cracken. Keine Sorge, ich könnte erwähnen. Nein, was ist so... Dieser Roboter, ich hab schon ja Schiss. Hier ist das. Willi! Wo bin ich jetzt hier hin? Oder wie ist das? Ach, schütt, schütt, schütt. Nein, oder? Nein! Ich fasse es nicht, dass das funktioniert. Bravo, Charlie! Das ist jetzt nicht passiert, oder? Dieser Roboter hat's jetzt ernst. Ja, egal. Ja, ich sag nichts, es ist Vorteil. Ja, ich sag nichts, es ist Vorteil. Das ist dumm. Bisher bin ich nicht besonders überzeugt, um ehrlich zu sein. Wir kämpfen, Herr Schmidt. Wie ist er sonst für Ärger? Erlebt mich! Bei einem 2022er Fortnite erwarte ich ein bisschen mehr, um ehrlich zu sein. Ich weiß nicht, wie es so ein undankbarer Schwein klingt, aber... Es ist doch so. Das muss man halt befinden. Aber ehrlich, wir können machen, was wir wollen, wir werden sowieso gewinnen. Das ist doch ganz verschillt. Ja, das stimmt. Oh, das Schwert! Ah, genau. Dieses Schwert? Oh! Bitte kann ich's lenken. Kann ich's lenken? Oh! Ich sag' ich doch, wie soll der zum Darth Vader kommen. Maximum Blushant kommt mit seinem Scanner und fickt uns damit, aber mehr nicht. Oh! Oh, heiach! Ich hab' hier irgendwas dieses Gerät macht. Ich mach' den neuen Fortnite-Event nicht so. Event ist für mich so. Zurücklehnen. Bisschen hin und her bewegen. X drückt mit Darlow. Verkärung. Nein, warte. Ich weiß, es wird nicht kaputt gehen. Oha! Okay, okay. Das macht jetzt gar keinen Sinn. Warte? Hört ihr mich? Richtig. Jemand verletzt? Los! Auf die Beine! Kommt! Sloan freut sich eher nicht, dass wir hier sind. Ich sehe sie, Jones! Und sie hat einen Panzer! Also weg hier! Kampf runter und folgen mir! Ja, nicht, dass wir schon eine Fortnite-Boss-Fight machen müssen. Ich hab' keine Waffen. Achso, ich hab' keine Waffen. Ich hab' keine Waffen. Endlich mal was gesteiltes! Wo sind die Materialien, Bruder? Wir müssen auch nicht bauen. Ich hab' eine. Anderen auch. Unendliche Munition haben wir, glaub' ich, auch. Welcher bist denn nicht nachgeladen? Heavy nein. Ja, ich glaub' wir haben eh unendlich. Doch, doch, wir haben sicher unendlich. Fix, fix. Uuuuh. Der Rock, Digga. Kommt jetzt! Kommt! Äh, die Steine blockieren. Der macht sicher voll. Der macht sicher voll. Der macht sicher voll. Seht ihr den Burger? Der Burger, oder wie ihr's auch hast. Niemand geht, bis alle Pfeiler ausgescheitert sind. Erledigt sie! Achtung! Oha, ist es, ist es Lone? Mach kaputt, mach kaputt! Hier drüben! Ach einen. Noch eins. Dankeschön. Der Rock ist auch so abgelegen. Hey! 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 Oha! Dann guckst du echt krass was. Oh mein Gott! Da Wetter! Nein, oder? Wetter! Ja, aber er ist die Story dabei. Er ist einfach so als Battle Pass. Er ist wie Story. Dass du im Battle Pass gehst. Wird Darth Vader wirklich Battle Pass skinnen? Ja. Gibt es nicht schon Darth Vader skinnen, oder bin ich dumm? Nein. Ja. Sie geben wohl nie aus. Ich bin ganz sicher, dass es kein Darth Vader skinnen gibt. Ich habe irgendwie sowas mehr wahr. Wie ich mich erinnern kann, es gibt Darth Vader skinnen. Ganz fertig. Halt! Panzer, Panzer! Halt! 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 Das geht auch anders! Immer so dramatisch! Noch irgendwelche letzten Worte, Germans? Darf ich ein DM-Ficher abfallern? Ich glaube, das waren die letzten Worte. Ich dachte, ich gehe euch zur Hand. Willkommen zurück, Paradigma! Man fällt da einfach so runter. Digga! Wer ist das? Wer ist das? Der Nullpunkt ist auf Jena gerichtet. Ist das Terminator? Ist das Terminator? Lass ihn hören! Uh! Ist das Terminator? Geht da rein, rein da, oder? Darf ich da rein? Ach nein. Ich kann nicht runter. Ja, okay. Ah, kaputt, kaputt machen! Eins, nächster, nächster! Ganz rechter! Ah, ich muss nachladen! Ich weiß nicht, wie viel muss man nachladen, aber man braucht mir sehr viel. Was ist denn Nullpunkt hin? Auf die andere Karte, oder was? Na, neue Karte kriegen wir sicher nicht. Na, auf die andere Karte, ich denke. Wer wirklich neue Karte kriegen, dann... Keine Ahnung, was ich mache. Hold the rock. Ja. Lass dein es einfach, das geht sowieso reden. Jetzt wollen wir aber diese Dinger besiegen. Was jetzt? Das war's, oder was? Was? Ich hoffe es nicht. Nein, oder? Nein! Vorteilung voll! Vorteilung voll! Vorteilung voll! Warte kurz! Vielleicht kommt noch was! Nein! Das war's wirklich jetzt! Warte! Das war das schlechteste Leiter, was ich je gesehen habe! Ist das jetzt Avatar, oder was? Wie ist das? Das war... Das war nix! 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 Ich wollte so einen Kampf sehen! Einen Monster, oder so, derart! Ich hab nur abgeschossen, ja! Der Gen... Ja... Das war's doch nix mit dem Video, oder? Oder? Da kommt nix nicht, oder? Warten, wir warten, wir warten, wir warten! Das war so schlecht, das war so schlecht! Surface! Ich seh schon... Wie alle... ...Gate... ...Hinten... ...Fortragten, weil das... ...Level uns so scheiße war... Ich bereue es, wenn er macht... ...sistig zu gut aus... Ich ver- Okay! Ich opfere mich! Ich verlasse! bleibt aber drinnen Leute man kann nur Fortnite komplett beenden oder weiter da drauf bleiben oh mein Gott, verlasst nichts, man verlasst komplett das Game ja tun das Team, tun das 2 3